Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache mal wieder ein Kreuzes Rätsel und ja, ich weiß, es ist... Ich wirke gerade wahrscheinlich nicht so ganz motiviert in dieses Video reinzugehen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich sage euch warum. Das ist jetzt gerade meine dritte Aufnahme. Zuerst habe ich auf einer anderen Seite aufgenommen, die heißt Kreuzes Rätsel.net. Aber das war so problematisch und alles drum und dran, dass ich mir gesagt habe, ich mache das nie wieder. Ja, also kommen jetzt wieder Kreuzes Rätsel 50. Es gibt jetzt auch, also ich habe natürlich das Bessere genommen, Buchstabe vorgeben, natürlich. Warum? Es ist so, wie immer beim... Also erstens, wenn ich ein Wort gar nicht weiß, gebe ich vor, oder wenn der Buchstabe W vorkommt. Meine Taste ist kaputt, immer noch, ne? Das wird auch nicht mehr. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, wahrscheinlich geht auch in den nächsten Jahren auch der Laptop ganz wahrscheinlich kaputt. Ja. Okay. Ich fange schon mal tatsächlich mal direkt an. Äh, Trio. Chemisch, Zeich, Manga, ZM. Nee. Ich gebe noch nicht vor. Ja, vorgeben wird, wird bei mir erst am Ende. Also, ja. L, T, L, Z. L, M, L, I. Also, L, I. Fabelwesen. Fabelwesen. Keine Ahnung. Stand, Seilbahn. Keine Ahnung. Vaters, Vater, Vater. Der Ur-Opa. Mettmann, M, 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 T, M, N, M, A. Vorgeben, M, E. Ach, scheiße, ich habe das auch voll vergessen. Stimmt, ja, das ist ja auch noch. Flussgestade. Meer. Ufer. Landbesitz. Rankgewächs ist. Efeu. Junge, was, was war das gerade eben? Habt ihr das gerade auch gehört? Habt ihr das gerade auch gehört? Und schon wieder. Warte. Das Ding ist. Okay, ich weiß, was das. Ich weiß jetzt, was das war. Ne, ihr habt gerade gehört, das war mein Twitch-Benachrichtigungston. Nur mal so. Das hier ist ein Video. Das ist ein Video. Also, ich nehme gerade ein Video auf. Eine Aufnahme. Auf YouTube. Nur mal so. Aber ich weiß jetzt. Ich habe es. Ich weiß jetzt. Warum hier gerade ein Benachrichtigungston kam. Es gab doch auch letztes Mal ein Video, wo ich das gesagt habe, ne? Ja. Und zwar. Ähm. Ja, ich kann es gerade nicht zeigen. Okay. Na gut. Also, ich kann es aber erklären. Wahrscheinlich hat mich gerade jemand auf Twitch abonniert. Und das wurde dann benachrichtigt. Ihr müsst ja wissen, ich benutze OBS. Und ich kann auf OBS. Warte. Machen wir mal ganz kurz. Zack. Rüberschwitzen auf das Twitch-Ding. Auch wenn ich auf Twitch gar nicht mehr streame. Aber hier ist ja meine Vorlagen-Dings für Twitch. Da kann ich immer hin und her switchen. Nur so nebenbei. Ich kann auch so den Telonym-Videos rüberschwitzen, ne? Das ist meine Vorlage für die Telonym-Videos zum Beispiel. Oder hier ist meine für die Talk-Streams. Talk am Sonntag, Sonntag, Montag, was auch immer, ne? Und gehen wir mal wieder zurück zum Video. Und ich mache jetzt die Desktop-Audio aus. Ja, dass wir hier nicht gestört werden. Slot auf Mainborns. Keine Ahnung. Doch, 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 natürlich. Das ist die RAM. Ist es nicht? Hahaha, du Spasti, du. Dickes Papier. Ich habe keine Ahnung. Beste Rating-Stufe. Top. Alter, was weiß ich? Zack, vorgeben, alter. Ah, ah, ah. Okay. Slang. Chef. Boss. Hahaha. Babo. Babo. Alter, und es stimmt auch noch, ist der Babo, alter. Hahaha. Japo's wissen, wer der Babo ist. Japo's wissen, wer der Babo ist. Hafti-A-B-Sitzende Lambo in Ferrari ist. Ich kenne den ganzen Text nicht. Okay. Der Stand. Alter, warte mal. SSB. Stuttgarter Straßenbahn, alter. Zeitlupe. Ist es slow? Also, nee, slow-mo. Ach so, ja, slow-mo, ja. Ich dachte, irgendwie slow irgendwas. Deshalb, eine slow, slow, weh, kann ich ja nicht eingeben. B-Taste, kaputt. Aber ich habe die slow-mo voll vergessen, dass es das auch noch gibt. Okay, das hier ist wahrscheinlich eine Seerose. Ja. Hm, hm. Keine Ahnung, Fabelwesen, Stein. Weil ich es nicht besser weiß. No-one, Sängerin. Vorgeben. Ein Schlüssel. Keys. Schlüssel, ja, okay. Dann machen wir mal wieder die Tür auf, ne? Polizei, Sondereinheit, das SEK. Nico Santos. Aus Los Santos. Kein Muss. Oder was? Tilde. Und das hier gebe ich auch mal vor. Kann. Okay. Ne Knolle. Umgangssprachlich abgetragen, weiß ich nicht. Ol. Fluss durch Passau ist das, äh, ne, keine Ahnung. Ilz. Okay. Teile des Aktes ist eine, sind Szenen. Mangan, M, N, okay. Abendanzug. Okay, dann essbare Pflanzen. Gemüse, Alter. Okay, der Abendanzug ist das ein Smoking? Es ist ein Smoking. Das weiß ich nicht. Eni. Paradies ist Eden. Englisches Glücksspiel ist Bingo. Dünkelhafter Mensch. Ein Snob? Snob. Verdächtig. Suspekt. Landbesitz. Weiß ich nicht. Aber es gibt hier unten kein Wort mehr, also Gut. Gut. Gutshof. Eif. 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 Laut bei Anstrengung. Ächzen. Frau von Alp. Bundy. Peggy. Slot auf Mainboards. PCI. Dickes Papier ist Pappe. Sehe ich jetzt gerade erst. Bündnis. Ne. Das ist super. Ein. Also Tür. Ein. Keine Ahnung. Einlauf. Das sein könnte irgendwie. Ich weiß nicht. N. Ein Bündnis. N. Oder was weiß ich. Alter. N. Tente. Sag halt einfach. Ente. T. B. B. T. B. B. Kenne ich nicht. Oh. Es gibt nur noch. Zwei. Das ist der Eingang. Peinlich. Und das ist der Greif. Und wir haben das Kreuzungsrätsel vollständig. Ja. Peinlich. 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 Na ja. Dann würde ich jetzt sagen. Das war es für dieses Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Auch wenn ich natürlich einiges vorgegeben habe. Und auch einiges nicht wusste. Naja. Ist halt aber. Ist halt immer so. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat. Könnt ihr mir gerne einen Like da lassen. Und vor allem auch meinen Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und vor allem drückt die Glocke. Um keine neuen Videos zu verpassen. Auch Streams und alles drum und dran. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.